Hey Leute und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ich weiß, dass in letzter Zeit kaum Videos gekommen sind. Das lag daran, dass ich jetzt eben im Urlaub bin. Also ich bin jetzt bei meinen Brüdern in Salzburg und da habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Zeit, Videos zu machen. Ich werde trotzdem versuchen, einige Videos in nächster Zeit zu bringen. Außerdem muss ich auch noch kurz ansprechen, danke an mittlerweile über 400 Abonnenten. Ihr seid echt die Geilsten. Ich weiß jetzt echt noch nicht, was ich für ein Special machen soll und ich lasse mir da auch was richtig Geiles überlegen. Weil unbelohnt will ich das jetzt auch nicht lassen. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, was jetzt im Hintergrund laufen wird. Und wahrscheinlich ein Survival Games auf der neuen Map, wie heißt die, Catching Fire. Und ja, ich habe den Film gesehen. Ich muss sagen, klare Empfehlung, schaut euch den Film an, der ist richtig geil. Und ja, wie gesagt, fröhlichen ersten Advents erst euch mal. Und es wird jetzt nicht irgendwie einen Adventskalender geben, aber ich werde eben versuchen, jetzt trotzdem so oft wie möglich ein Video hochzuladen. Und jeden Adventssonntag dann irgend so ein Special-Video oder so. Mit irgendjemandem anderen oder was weiß ich. Vielleicht auch mit meinem Bruder, der da hinten sitzt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß, meine Haare sehen scheiße aus, aber es ist immer irgendwie so, wenn ich aufnehmen will und ich bin auch erst aufgestanden. Also von dem her, macht's gut Leute, haut rein und ciao!